Ja, hallo meine lieben Zuschauer! Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge meines Let's Plays von Forza Horizon 2. Wir fahren zum nächsten Festival mit unserem geilen... was ist das? Ein T1? Ein T1 ist das geil. In 400 Metern links halten. Ich finde das Auto so geil. Ich fährt gerade mal 90. Okay, das wird eine lange Folge werden. Okay, ob ich das schaffe? Aber fährt sich besser als das Muscle Car in der letzten Folge. In 200 Metern nach rechts abbiegen. 100 kmh! Uh, maximale Beschleunigung. Rechts abbiegen. 114 kmh, maximal Geschwindigkeit. Das ist cool. Vor allem fahren die alle von vorne so langsam. Das entschleunigt das Ganze mal so ein bisschen. Der Kreisverkehr, die erste Ausfahrt nehmen. Da sieht man mal, dass die KI der einen dann angepasst wird, weil... die würden sonst ja nicht mit 70 kmh langfahren. Das ist so geil. Jetzt mal, fährst du mir nicht in meinen Bulli rein? 80 kmh, du, 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 und wie geht's euch so? Okay, das könnte jetzt eine Weile dauern. 11 Kilometer. Kifferbude. 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 Kifferbude, schön. Und ich überhole, ich überhole da übelstens die Sportwagen mit meinem Bulli. Und ein Golf. Und ein Porsche. Links kommt ein Golf. Echt, die drängen. Im Spiegel klauen ein Golf gesehen. 130 fahr ich aber im roten Bereich das ist kein fünften Gang ich feier den Wagen so danke ich feier den Wagen so sorry wenn es gerade ein bisschen langweilig ist aber wir machen ja dann unser Rennen noch müsste mit dem Bulli echt mal ein Rennen fahren war der Sonnenuntergang da hinten die KI dann auch so langsam fährt ich denke mal ja die angepasst waren und das Auto wenn ich mit einem übelst aufgebauten Ferrari oder Lamborghini fahre fahren die auch so genau so schnell wie ich oh jetzt reden wir jetzt auch noch das ist nicht gut aber der Kieferbube fährt genauso schnell wie ich der zweite vorne tue ich nicht im Kreisverkehr die zweite Ausfahrt nehmen alter der muss doch nicht bremsen da der Mutterwahl jetzt auch ein Babywahl ich danke wir schaffen es doch das sind nur 6,5 Kilometer aber ich gedacht wir schaffen es jetzt wir sind jetzt gerade 4 Minuten unterwegs oder so der denn mal wieder abbremst die trauen sich nicht mich zu überholen die hinter mir herumhängen da habe ich doch eben schon überholt wie sie alle hinter mir hängen das war an die trauen sich alle nicht die trauen sich nicht mehr oder muss man gleich mal gucken ey nehmt euch mal da hinten das ist mal an können ja schneller fahren wenn sie wollen ey was soll die Scheiße in 400 Metern nach rechts abbiegen sag mal was soll denn die Scheiße wir sind ja nicht rechts abbiegen ja super danke drei Kilometer ich feier das Auto so aber geh mal weg hier muss ein bisschen Anlauf nehmen hier alter ja ja ist ja geil was geht denn mit euch ich komme kaum berghoch nach links abbiegen dumm hehehe hehehe es ist funny ich hab grad Spaß hehehe 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 so machen wir das mit dem Willi Jeep Willis Jeep dann haben wir ja auch noch hehehe die fahren alle nicht schnell lang hehehe das war alle hehehe rechts abbiegen hehehe hehehe schade wir geben immer Gas und dann fahren sollen wir vorbei und bremsen immer wieder an ja wir haben es in der Zeit geschafft hehehe hehehe ich bin da guck dir immer die Gestörten an hehehe oh Gott ich kann nicht mehr hehehe hehehe ok du hast es geschafft lass uns vorher noch ein bisschen Party machen bevor wir morgen unsere Autotour fortsetzen ja für Party bin ich immer zu haben oh mein Auto ist so eingetellt yeah Zielort zweiter Zielort Champion ok Zielort Champion Zielort Champion ok gewinnen sie einen neuen Meistermeisterschaft na das sollte ja kein Problem sein das sollte ja immer ich glaube 4 Rennen also sind es ungefähr 18 Folgen Stufeanstieg na dann drehen wir mal dum 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 gib mir ein Auto gib mir ein Auto ich hab noch so gemacht jetzt ist es ja so war machen wir übernachts Auto da war ja das schon mal gut sooo dann melden wir uns mal zur Rennveranstaltung an mit 40 km aber es hat schon was sooo aber jetzt wäre ein sehr guter Zeitpunkt für einen neuen Wagen auf dem Weg zu unserem nächsten Halt kannst du dich ähm einfahren bevor es wieder ernst wird okay was nimmt man denn ähm die hat man ja gerade das wäre jetzt ja wieder langweilig ähm ich versteh grad nicht ich habe gerade einen kleinen hänger, muss ich mal ehrlich gestehen. Wieso müssen wir denn jetzt da runterfahren? Ich verstehe es gerade nicht, ist egal. Was haben wir denn hier schon? Das ist Heck-Triebler, ne, allwart. Die Meisterschaften anschauen, äh, was hat man denn Lust? Wollen wir mal ein bisschen Rallye fahren? Ja, fahren wir mal ein bisschen Rallye. Na, dann nehmen wir doch unseren den wir schon haben. Dann nehmen wir doch mal unseren den wir schon haben. Dann fahren wir mal ein bisschen Rallye. Prima, seid ihr bereit für diese Autotour? Wieso habe ich denn jetzt schon wieder... Hey, das verstehe ich gerade gar nicht. Das ist eine der besten Strecken überhaupt. Also, genießt es entsprechend. Wieso habe ich denn jetzt schon wieder... Ach so, das... Ach so, hier ist immer das Hauptfestival. Okay. Das war die letzte Tour überhaupt nicht. Ganz verstehe ich es jetzt noch nicht, aber... Kann schon richtig sein. Das war die Zeit um nicht mehr. Das war's. Ja, da wird sich der Weinbauer aber freuen. Kinko! Das ist so nett. Die stehen da im Regen und Klatschen, wenn mal drei Autos vorbeigefahren kommen. Du merkst sofort, dass die unterschiedliche Fahrverhalten, wenn es dann auf einmal so übelst regnet... Das merkt man sofort, wie die Autos anfangen zu schlingern. Haben sie echt gut gemacht. Warte mal, ich brauch doch eigentlich gar nicht fahren. Ich hab doch diese Schnellreise, oder? Das funktioniert hier nicht. Ich spiel schon wieder Ping-Pong. Wenn ich grad mal wieder nicht aufgepasst hab. Das ist nur so typisch. In 400 Metern nach rechts abbiegen. Jawohl, nein. Ja, geht's auch. Ich versteh's nicht so ganz, Leute. Es tut mir leid. Oh Mann, wie soll man hier seinen Lieblingswagen auswählen? Bei der 90s Rally fahren Delta, Lanza und Impreza alle im selben Rennen? Such dir das erste Rennen aus. Ich kann's kaum erwarten. Ja, dann nehmen wir doch mal gleich, äh, das hier. Ja. Ja. Wer fällt ein rein? Äh. Dich bitte wenden. Ernsthaft. Hört das aber auf zu regnen. Ja, ernsthaft? Guckst du doof, gell? Da guckst du doof. In 400 Metern nach rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Es gibt Gerüchte über einen herrenlosen Wagen, der östlich von San Giovanni herumsteht. Ähm. Warte mal, erst mal das Radio wieder ausmachen. Was, wo gibt's Gerüchte über... Da. Ja, das machen wir dann mal in der nächsten Folge Scheunfund oder in der übernächsten Folge. Wir machen jetzt erst mal dieser Folge ein Rennen, in der nächsten Folge die anderen drei Rennen und dann... Ist mal wieder ein Scheunfund. Schauen wir wieder ein Scheunfund ein. Schauen, was es diesmal ist. Sie haben ihr Ziel erreicht. So. Dann machen wir das Rennen mal jetzt noch. Ist ja aber nervig, dass du dann immer erst zu diesem Reisenfestival zurückfahren musst. Gastelette und Nineties Rally. Querfeld einrennen. Im Regen. Lass mal. So. Die haben immer einen besseren Start als ich. Immer. Jedes Mal. Ist aber auch wieder kein Querfeld einrennen. Das ist doch nur wieder Straßenrennen. Da. So sauber war es bis jetzt noch nicht. So sauber war es bis jetzt noch nicht. Ja. Mit dem Auto komme ich auch wesentlich besser klar als mit dem Charger in der letzten Folge. Sieht man einfach daran, dass ich auch mit... Nein, 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 nein. Oh, 12.000 Punkte. 12.000 Punkte. 12.000 Punkte. Fick dich doch. Fick dich doch richtig in den Arsch. Entschuldigung. Jetzt bin ich sauer. Jetzt bin ich echt angepisst. Jetzt bin ich echt angepisst. 12.000 Punkte verloren. Das geht in den Arsch. Mann. Entschuldigung für meinen verbalen Kleider eben. Was macht mich dann immer aggressiv? Das ist ja meine Schuld. Das ist ja nicht die Schuld vom Spiel oder so. Ganz allein meine Schuld. Die anderen Fahrer haben nicht Schuld. Das Spiel hat nicht Schuld. Ich hab Schuld. Ich glaube ich muss die KI noch mehr anheben. Gibt ja gar nicht grade. Hier haben wir noch. Oh es hat sich gleich geschafft. Das ist ja nichts. Das ist ja nichts. Ich glaube nicht. Das war sogar 12.000 mal 2 oder mal 3. Also es wären sogar locker über 30.000 Punkte geworden. Und davon ist jetzt hier, wir müssen die Kaida noch mal anheben. Gut. Gut gemacht. Du hast das ganze Rennen kontrolliert. Ja, habe ich mit wie viel Vorsprung? Also mit dem Auto komme ich auch einfach besser klar als mit dem Muscle Car. Neun Sekunden. 10.000 Credits. Yay, neuer Wii Spin. Und dann ist das ganze Rennen. Fortrait auf dem Weg zum Horizon noch 60%. Also noch nicht mal die Hälfte geschafft. So, wir drehen mal noch. Das gönnen wir uns noch. Und dann werden wir mal eine Pause machen. Nissan Fair Lady. Okay. So, Autos, die die Welt nicht braucht. Geh weg. Ähm, abgeschlossen insgesamt. Und wieder 25 Autos im Fuhrpark ist auch nett. Gut, dann werden wir dann als nächstes dieses machen. Ach ne, wir machen dieses. Heute fahren wir vorbei. Aber das kommt dann in der nächsten Folge. Ich fahre da schon mal so langsam hin. Meine Lieben, wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir doch bitte in die Kommentare. Und ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Forza Horizon. Morgen gibt es Forza Horizon 5. Nein, Forza 5. Forza Horizon 5. Ich glaube, ich das schon hätte. Ähm. Wie ist das eigentlich? Wird es dann eine Forza Horizon 3 geben? Wahrscheinlich. Nächstes Jahr oder so. Nach links abbiegen. Ich kenne mich da jetzt noch nicht so aus. Machen die dann so immer jährlich, immer wechseln. Ein Jahr Forza Horizon. Ein Jahr Forza Horizon. Nach links abbiegen. Ich muss auch gleich mal gucken. Wegen Forza Horizon 1. Das aussieht das Spiel. Egal. Ähm. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir die Kommentare. Und ich hoffe, wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Forza Horizon 2. In 400 Metern haben sie ihr Ziel erreicht. Dann kommen die nächsten drei Strecken. Und ich habe zu viel gelabert, dass wir jetzt sogar schon am Zielpunkt sind. Yay. Also, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao. Sie haben ihr Ziel erreicht.